Joan Elisabeth Luther Murray Gap Clark MBE war eine britische Kryptoanalytikerin. Während des Zweiten Weltkrieges war sie in der Government Code and Cypher School im englischen Bletchley Park tätig, also in der militärischen Dienststelle, die sich erfolgreich mit der Entzifferung des deutschen Nachrichtenverkehrs befasste. Dort trug sie wesentlich zum Bruch der deutschen Rotorschlüsselmaschine Enigme bei Leben. Nach ihrer Schulausbildung in Dulwich im Süden Londons studierte sie Mathematik am Newnham College der Universität Cambridge, wo sie in den Tripos-Prüfungen als Ränglerabschnitt und 1939 ihren Abschluss machte, entsprechend einem Bachelor, der damals in Cambridge aber noch nicht an Frauen verliehen wurde. Sie wurde im Juni 1940 durch Gordon Weichmann, der ihr Tutor in Geometrie in Cambridge war, in die Dienste der GC und MC ist in 70 Kilometer nordwestlich von London gelegene Bletchley Park angeworben. Sie arbeitete dort in Hut 8 unter der Leitung von Alan Thuring und ab Oktober 1941 seinem Stellvertreter Hugh Alexander an der Entzifferung von Funksprüchen der deutschen Kriegsmarine mit. Von vitalem Interesse für die Briten war es, den geheimen Funkverkehr speziell zu den im Atlantik operierenden deutschen U-Booten zu entziffern. Die durch Versenkung von alliierten Frachtern den Nachschub und damit die britische Lebensader gefährdeten. Zur geheimen Kommunikation benutzen die U-Boote eine verbesserte Version der Enigme. Zunächst die Enigme M3 und ab 1. Februar 1942 die Enigme M4 mit vier Walzen. Joan und Alan arbeiteten nicht nur gemeinsam erfolgreich an der Entzifferung der deutschen Maschine, sondern beide waren auch eng befreundet. Im Jahr 1941 entspann sich aus der Freundschaft sogar eine Verlobung, die aber nur kurze Zeit hielt und platonisch blieb. Alan und sie tauschten Verlobungsringe und stellten einander den eigenen Familien vor. Bei der Arbeit wurde die Verlobung aber geheim gehalten. Bald darauf wurde sie gelöst, nachdem Thuring ihr seine Homosexualität gestanden hatte. Im Jahr 1944 wurde Joan Clark in Nachfolge von Hugh Alexander stellvertretende Leiterin der Hut 8. Auch nach dem Krieg blieb sie bei den Government Communications Headquarters, der Nachfolgeorganisation der GC und MCS. Im Jahr 1952 heiratete sie ihren Kollegen Oberstleutnant Jock Murray. Beide zogen nach Schottland und Joan begann, sich für die schottische Münzgeschichte des Barock zu interessieren und auch darüber zu veröffentlichen. Ab 1962 bis zu ihrer Pensionierung 1977 war sie wieder beim GCHQ in Sheltonham. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie 1986 nach Oxford und befasste sich weiter mit Numismatik. Im Jahr 1987 erhielt sie für ihre Verdienste auf diesem Gebiet die St. Fort Saltos Medal, filmische Rezeption. In der britisch-US-amerikanischen Gemeinschaftsproduktion The Limitation Game Ein streng geheimes Leben aus dem Jahr 2014, die das Leben von Alan Thuring und seine Beziehung zu Joan Clark zum Thema hat, wird sie von der britischen Schauspielerin Keira Knightley verkörpert. Thurings Biograf Andrew Hoschs, für dessen Thuring-Biografie Clark eine wichtige Quelle war, kritisierte das Drehbuch, da es diese Beziehung intensiver darstellt, als sie tatsächlich war.